Hallo Leute. Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 31. Dezember Jahreswechsel. Heute war Sonja nah. Ich habe länger geschlafen. Wir waren spazieren, weil es schön warm war. Und haben Kaffee getrunken, getratscht und meine Haare gemacht, meine Wimpern gemacht. Und so bleibe ich heute. Und es war ein schöner Tag mit ihr. Ich bin froh, dass sie noch mal gekommen ist zum Jahreswechsel. Mir geht es ganz gut heute. Aber ich glaube nicht, dass ich bis Mitternacht aufbleibe. Weil meine Eltern glaube ich auch nicht bis Mitternacht aufbleiben. Und Kerstin und Christoph muss ich noch schreiben fürs neue Jahr. Und heute hat sich schon jemand gemeldet bei mir. Eine Freundin von der Reha. Und hat mir alles Gute fürs neue Jahr gewünscht. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen guten Rutsch an alle da draußen. Danke, dass ihr immer meine Videos schaut. Ciao. Ciao.